Das ist Berlin. Ein Fahrradweg. Da ist ein Fahrradweg. Daneben ist noch ein Fahrradweg. Ein breiterer Fahrradweg. Für die Leute, die keine Kfz-Steuer zahlen. Tja, hallo zusammen. Heute haben wir mal mit einem Netzfund angefangen. Einen kleinen Videoausschnitt über die Dinge, die der Bundesrepublik Deutschland drohen, falls ein grüner Bundeskanzler wirkt oder zumindest einer, der von den Grünen hofiert und unterstützt wird, also einem ganz intelligenten Burschen oder einer Dame, wie auch immer. Leute, freut euch drauf. Warum wir beim nächsten Thema an so etwas wie eine Fabel denken mussten, ist uns nicht ganz bewusst, aber irgendwie sind wir darauf gekommen. Das nächste Thema ist folgendes. Die allseits geliebte und beliebte sensible Bundesangela hat ihren Rücktritt angekündigt und so versammeln sich hinter ihr die Leute, die ihr nachfolgen wollen. Ein jeder will sich in Position bringen, will sich von seiner besten Seite zeigen, sich in der Pandemiebekämpfung beweisen. Schließlich ist die Chefin ja immer noch da und muss ihren Segen geben. Und so ist ein jeder in seiner Rolle gefangen. Die Herren Nachfolger in Spee müssen sich gegenseitig das Wasser abgraben, dem anderen Knippel zwischen die Beine werfen und Härte und Stärke zeigen. Aber gleichzeitig müssen sie auch das Schmusekaterchen der noch Chefin sein. Angela Merkel muss nun mit diesem Gockel-Gehabe leben. Sie hat es ja selbst heraufbesprochen mit ihrer Rücktrittsankündigung. Die letzten Monate ihrer Amtszeit werden nun wirklich schwer. Unser Fazit, dieses ganze Theater kann kein gutes Ende nehmen. Für niemanden ergibt sich eine gute Situation, um sich richtig gut in Position zu bringen und darum werden letztendlich wohl die Grünen die Nase vorne haben. Und damit, und das ist auch ein wichtiger Punkt, kann die Basis überhaupt nicht zufrieden sein. Schließlich werden für viele Leute gute Einnahmequellen dann verloren gehen. Uns, dem Bürger hingegen, bietet diese Situation ja ein köstliches Schauspiel. Auf den ersten Blick scheint alles majestätisch. Aber wir alle wissen, dass über Deutschland längst die Geier kreisen. Und so wollen wir diesen Beitrag beenden mit einer, ja mit einem geflügelten Wort, Ostern ist ein Fest der Eier. Das wissen wir alle. Also Freunde, denkt dran, bleibt stark, geht hinaus, zeigt Gesicht, nicht nur Ostereier suchen und schön den Osterbraten verputzen. Wir müssen dranbleiben. Die Ostertage können für sehr viele Dinge höchstwahrscheinlich sehr entscheidend werden. Ok Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte einen Daumen nach oben, abonnieren, verbreiten. Habt einen schönen Tag. Hier schreit die Sonne. Vitamin D tanken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Musik 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 Vielen Dank.